Hallo und herzlich willkommen! Heute möchten wir euch das Rutschbrett Finn von Ecolignum etwas näher vorstellen. Ihr kennt es sicherlich bereits, es ist ein ganz ganz beliebtes Zubehörprodukt zur großen Kletterwelt von Ecolignum. Und zwar haben wir hier von den Maßen her eine Breite von 40 cm und eine Länge von 1,50 m. Das Produkt besteht zu 100% aus Massivholz, also wie eigentlich die ganze Produktpalette von Ecolignum. Wir sind hier sehr sehr begeistert von der Qualität. Die Oberfläche ist geölt und auch sehr sehr strapazierfähig und robust. Das Tolle ist auch an dem Rutschbrett, dass das beidseitig verwendbar ist. Also hier seht ihr, das kann als klassische Rutsche verwendet werden und dann kann man das Ganze einfach umdrehen und dann hat man hier quasi ein Kletterbrett für die Kleinen. Hier oben seht ihr einfach die Befestigung an die jeweiligen Kletterprodukte von Ecolignum, also für das Kletterdreieck, für den Kletterbogen oder für die zwei großen Klettergerüste. Also hier bin ich wirklich mehr als begeistert von der Qualität. Meldet euch gerne bei weiteren Fragen.